Sie verbringen viel Zeit damit, die Zahlungseingänge Ihrer Kunden zu prüfen oder Erstattungen für stornierte Bestellungen anzuweisen? Das muss nicht sein. Mit dem Zahlungsmodul für JTL-Wawi importieren Sie Zahlungseingänge von Bankkonten oder Zahlungsanbietern ganz einfach in Ihre Warenwirtschaft und senden Zahlungen von dort aus an Kunden oder Lieferanten. Über das Zahlungsmodul binden Sie nicht nur zahlreiche Bankkonten aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz an. Auch Ihre Kunden bei PayPal oder Amazon Pay lassen sich mit JTL-Wawi koppeln. Sobald Sie Ihre Konten angebunden haben, importieren Sie die Zahlungen ganz einfach über einen Zahlungsabgleich. Lassen Sie sich dabei von unserem Hintergrunddienst JTL-Worker unterstützen. Er führt den Zahlungsabgleich automatisch für Sie durch. Ist dies erledigt, scannt JTL-Wawi die Zahlungseingänge sowie deren Verwendungszwecke und ordnet alle Zahlungen automatisch den entsprechenden Aufträgen zu. Nicht zugeordnete Zahlungseingänge lassen sich anschließend manuell zuweisen. Damit spart Ihnen unser Zahlungsmodul Zeit und Nerven. Eine Arbeit, die sonst Stunden dauerte, erledigen Sie nun mit wenigen Mausklicks. Die Zuordnung der Zahlungen zu einzelnen Aufträgen ermöglicht, Ihren Kunden zu viel gezahltes Geld oder retournierte Aufträge einfach zu erstatten. Die Rückzahlung erfolgt dabei auf dem gleichen Weg, auf dem Sie die Zahlung erhalten haben. Auch die Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten begleichen Sie direkt aus JTL-Wawi mithilfe der praktischen Funktion Ausgangszahlung erzeugen. Sie wollen einschränken, welche Ihrer Mitarbeiter Zahlungen abholen oder sehen dürfen? Mit der Rechteverwaltung von JTL-Wawi sowie der gesonderten Passwortspeicherung je Benutzerkonto gelingt das schnell und einfach. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen des Zahlungsmoduls für JTL-Wawi. Starten Sie im JTL-Kundencenter noch heute Ihre kostenlose Testphase.